Endrunde um die deutsche Meisterschaft ein und das ist jetzt amtlich. Es war der letzte Angriff, Riesenjubel beim Team von Sergi Runge mit dem letzten Schlussakkord. Schaffen Sie hier in diesem umkämpften, in diesem dramatischen Spiel das 3 zu 2. Die Schalker liegen am Boden, können es nicht fassen. Was für ein Ende einer packenden, einer dramatischen Partie. Am Ende riskieren die Schalker alles. Der Keeper geht mit nach vorne, Nick Bordon und dann der klassische Konter. Ben Havichhorst mit der Nummer 19 ist der Held, der Leverkusen in die Endrunde schießt. Stabil geblieben, das haben sie richtig gut ausgespielt hier. Aber Marton, Schäpp, die Einwechslung hat sich bezahlt gemacht für Alej Begovic. Und Havichhorst macht nochmal den Sprint in der Nachspielzeit. Hätte auch nochmal abspielen können auf Stepanov. Der hätte gerne den Ball gehabt.